Dreck-Skelette, 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 boah, hört auf, hört, verträgt kein Schlag mehr. Hier, Minsk geht mal zu den Skeletten. Und der Zwerg auch. Okay, jetzt reicht ein Minsk. Grünstein, wer verlebt. Trifft ihr den nicht? War für unwirksam. Achso, ja, dann kann der weg. Ja, dann trifft wir auch nicht. Das trifft dann auch nicht, dann habe ich nur Imoen und Dinges, die treffen. Imoen und Shit-Klöte. Ja, Bravo, hat eine Stufe bekommen. Ah, ja, den grünen Schleim, ja, der macht das schon. Teil im Rennen können auch eigentlich Aufwand zu schießen, weil sie auch nicht trifft. Den Tode, na. Hm, ja, wenn es hier, guck doch mal hier. Das ist einfach nur ein Deutsch, na, dann will ich nicht. Inhalt dran gelegt. Ja, so ein Grünstein gibt mir eben 1500 Erfahrungspunkte. Mach's kurz. Ja, natürlich. Auch wenn das gerade sehr stressig war. Hm, ich sehe gerade, ich werde 70 Minuten aufnehmen, weil, äh... Ja, die Situation war... ...schlecht. Speichern wir mal. Kann ich nix machen. Dann nehme ich morgen nur 50 Minuten auf oder so. Ah, ja, wir können eben noch die Stufe verteilen. Stufe erhöhen. Zusätzlicher Waffenfertigkeit. Rüstungswurf, Rettungswurf gegen, ja, die ganzen Rettungsrufe verbessert um 1. EWT redu... EWT 0 reduziert um 2, was? Und neue Zauber. Und zusätzliche... Zauber im ersten und zweiten Grad und zusätzliche Treffpunkte um 9. Dann, äh, ja, kann ich mir auf Kriegshimmer packen? Nein, dann mache ich auf, äh... Kampfstil mit Waffe und Schild. Ja. Bin ich mit einverstanden. Äh, ja, dann teilen wir eben noch neue Zauber zu, noch und... So hat die denn... Was ist der Unterschied? 12 Erditener Schaden und, äh... 2 W8 Schaden heilen. 2 W8 sind 16, aber nicht immer. Ah, dann nehmen wir den... ... anderen... ... 12 Schaden. Weil beim Glückchen kann dann doch mal was schief gehen und wenn das dann nur... ... 2 Schaden heilt, ist das ein bisschen dürftig, wenn ich dafür einfach 12 haben kann. Das müssen wir jetzt vielleicht nicht so. So, ja, ihr beide könnt hier nicht wieder. Die ist erschrecken. Da gibt auch mal eben 500 Erfahrungspunkte. Had, die ist erschrecken. Die haben sogar ziemlich fies. Die sind einfach nur wenige. Ein bisschen wert. Und was von Wert? Nur Preuzen oder so, ne, na... Sehr geplündert. Ist das nur ein Beulgern? Was haben wir denn hier? Oh, hier haben wir einen Trank der Frost Riesenstärke, einen Grünsteinring, den ich nicht benötige, einen Stab und eine Perlenkette. Ähm, wer hat noch Platz? Hier, Braven. Wie lautet ihr heute? Es ist ein guter Tag zum Sterben. Ja, das wird echt eng mit dem Platz hier. Also, ich kann auch rumlatschen. Hier gibt's drei Höhlen auf dem Gebiet. Zumindest wenn meine Erinnerung mich nicht trügt. Und die werden wir natürlich aufsuchen. Diese Gruppe ist außerordentlich viel gespräch. Ja, was man mit eigentlich von der Gesinnung jetzt? Chaotisch gut. Na, passt schon. Chaotisch gut ist nicht schlecht. Könnte zwar besser sein. Obwohl, nein, chaotisch gut war nicht das Problem. Glaube ich. Ich weiß gar nicht mehr, wo chaotisch gut stand. Ich überlege gerade die ganze Zeit jetzt schon. Chaotisch gut. Ich glaube, rechtschaffend gut, neutral gut und, äh, chaotisch gut. Also, so. Haben wir hier noch? Was haben wir denn hier allgemein? Neutral gut. Chaotisch gut, rechtschaffend gut. Neutral. Rechtschaffend gut und neutral gut. Der Grund, warum bravend ausgetauscht werden muss. Na, hab den gerade hier selber einfach mal so. Na, bin ich mehr zufrieden. Hier, die nächste Höhle. Ich glaube, man ist gerade auch zufällig ans Glätt rein gelaufen. Ja, ich glaube, er ist böse geworden. Ja, das meine ich. Er kann einen irgendwie paralysieren. Hier, steht hier. Gehalten. Extremst ätzend. Ich hab vorher auch nicht gespeichert. Die Bezahl mit dem Tod, die du zurückgebt, der Schwert zurück. Jaja, ich wäre ja einfach gegangen. Was, du heilst dich einfach wieder. Du elendes Drecksvieh. Oh ne, ich glaub das nicht. Ich krepier doch jetzt nicht hier einfach weg. Ja, ist klar. Ich würde dir zurückgeben, wenn du mich weglassen würdest. Aber ich hab's nicht. Wo haben wir wohl bestimmt das letzte Mal gespeichert. Äh, jaja, ich will laden. Achso, ja, dann kann ich eh nicht dann zurückkehren. Quicksilfe. Ja, laden ich einfach mal. Guck ich mal. Achso, ja. Kein Problem. Einfach nicht reingehen. Zumindest noch nicht. Ja. Das ist dann auch soweit. Kann man halt nix machen. Also hier geht's, die geht's noch in den Süden. Guck mal in den Süden. Ja, nur das Drachen, äh, Waldgebiet da. Die Haltkarte lädt sich, ne, die lädt sich auf jeden Fall. Probier, die sehe ich dann ja nachher mal, ob die, wenn wir dann nach Naschkell und dann vielleicht mal geruht sind, ob die sich dann wieder von alleine auflädt. Boah, Ankeck. Warum jetzt ein Ankeck? Okay, na, kam. Na, kam. Zwerg auch. Du bleibst hier hinten. Du bleibst ihn auch beschießen und sie bleibst auch hinten. Du wirst mich doch nicht... Bitte, nein, lass mich zu, dass er mich kriegt, bitte. Ah, wer seid ihr? Bringt mich nicht um, bitte, es tut mir so leid, ich geb dir zurück. Tut mir nur nichts. Du stehst dir meinen Ankeck. Beruhigt euch doch, mein Herr, so beruhigt euch doch. Niemand hier wird euch etwas zu leid tun, nur erzählt von eurem Problem. Ja, gebt es besser zurück, und zwar schnell. Keine Panik, Gammalappen, ich interessiere mich nicht für euch. Ich interessiere mich nicht im Geringsten. Ich fürchte, wir haben keine Zeit für euch. Ähm, ja, wir, ähm... Also, einfach so, dann... Mein Problem, mein Problem ist der schrecklich Tod, der sich in meinem Kopf immer und immer wieder abspielt. Ich kann mich nicht konzentrieren, mein Kopf ist mein Kopf... Ich hab's nicht gewalt, ich geb's hier zu... Ich geb's hier zurück, ihr könnt ihm es bringen, hier, gebt es ihm zurück. Das ist nämlich das Schwert, was wir eben nicht hatten. Ich würde euch helfen, doch, was muss ich uns zurückbringen und wem soll ich es bringen. Ja, nehm, das ist einfach. Meine Höhle, sie ist ganz unternehmen im Oster, bla, bla. Das ist so ein Karp, ja, wissen wir. So, tot. Was, er hat Bo ab? Er kann Bo ab? Ich glaub's nicht. Er hat kein Bo mehr, wieso? Nein. Bugs, ja, ich wusste ja, das wird nur zu Bugs. Okay, ähm... Ich verabschiede mich hier jetzt. Auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal, weil es muss jetzt wirklich Schluss sein. Tschüss!